Maruten Kohaku Sakai Fischfarm, 44 cm Nisai, 99% weiblich. Sehr schöne Maruten Kohaku, sehr gute Qualität. Auch hier keine Merkmale, kein Samen, alles deutet auf weiblich hin. Aber 100%ig kann man es noch nicht sagen, deswegen 99%. Wer hier interessiert, der Fischfarm sehr gut, 55 cm bis Mais schafft man. Also bin ich mir 100% sicher, wer hier noch interessiert, auch der noch bleibt.